So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich mit der nächsten Tagesaufgabe und die wäre heute, besuchen Munitionskisten im Verlauf eines Matches. Was kurz und knapp bedeutet, wir müssen 5 Kisten aufmachen, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich direkt kurz in eigener Sache, wie gesagt, für die Neuen auf dem Kanal, unten in diesem Passiv-Code könnt ihr ganz einfach knacken, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu, hat bedeutet bei 460 Abonnenten kommt die 6. dazu, bei 470 die 7. und so weiter und so weiter. Eine kurze Erklärung dafür habe ich in einem Extra-Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. Dafür einfach kurz in die Videobeschreibung hingehen, wenn du fertig geguckt hast, guck dir das Video an und dann weißt du auch genau, wie alles funktioniert. So, was die Aufgabe betrifft, wir müssen Munitionskisten besucht, durchsuchen, aber gleichzeitig 5 Stück in einer Runde. Also nicht in 2 Runden, nicht in 5 Runden, sondern in einer einzigen Runde. So, wie ihr seht, habe ich noch die Aufgabe offen mit Lucky Landing und Retail Row. Ich habe schon eben in die Event-Aufgaben geguckt. Retail Row kann ich erstmal nicht fliegen. Groß viel Schaden darf ich auch nicht machen. Von daher müssen wir natürlich Lucky Landing dann landen. So, für alle alten Hasen unter euch, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentier-Zeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber jetzt schon mehrmals helfen konnte, dann lass doch bitte mal dein kostenloses Abo da. Kostet dich nichts. Du hilfst mir, du hilfst dir selber, weil du den Code eventuell schneller knacken kannst. Also, ihr wisst doch, geben und nehmen und Support ist ja auch kein Mord. So, dann gehen wir direkt mal rein in die Aufgabe. Wie gesagt, ich lande jetzt bei Lucky Landing, müsst ihr natürlich nicht, aber ich habe eh die Aufgabe noch laufen von gestern. Weil ich habe gestern nämlich kein Fortnite mehr gespielt. Die kleine FIFA-Sucht ist nämlich immer noch am Laufen. So, das ist natürlich auch noch Brennpunkt. Ich hoffe aber trotzdem mal, dass da jetzt keiner hinfliegt. Und wenn, dann landen wir am Rand und ziehen direkt durch. Keine Ahnung. Ja, die schwebende Insel ist natürlich auch da unten. Klasse. Oh, jei, jei, jei. Das ist natürlich alles ein bisschen belastend jetzt. Weil auf die schwebende Insel sollen wir mal oder Retail. Gut, Retail ist auch direkt vor uns, aber da werden auch viele jetzt auf die schwebende Insel und von da runter und wahrscheinlich zu Lucky Landing rüber. Aber wir versuchen das jetzt irgendwie hinzukriegen, weil 5 Munitionskisten sind eigentlich easy zu machen. Aber wir müssen halt erstmal in Lucky Landing landen, damit die Aufgabe von gestern fertig ist. Ja, da seht ihr schon. Eieieiei, was wollt ihr denn alle in Lucky Landing? Geht weg. Aber könnten auch Bots sein. Man weiß es nicht. Erland fliegt da unten noch rum. Ach, da habe ich mir überhaupt keinen Nerv drauf. Das Problem ist auch noch in der Runde, ist das Brennpunkt. So, da haben wir schon mal eine. Lecks kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. So, wie gesagt, eine Kiste haben wir schon offen. Ah, ist ja schön, dass ich jetzt hier schon Blue Light habe, aber eine Waffe wäre jetzt auch nicht recht. Okay, ich will eine Pistole. Eine Kiste ist natürlich ein bisschen schwach. Gucken, ob wir unten noch eine haben. Ah, ich habe die eine gesehen. So, jetzt haben wir zwei Kisten. Ich versuche mich schon mal ein bisschen abseits zu halten. Wie gesagt, ihr müsst halt fünf Kisten in eine Runde. So, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ah, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Da habe ich auch nichts drin. Eigentlich muss ich hier nicht mit raus. Ja, ja. Shotgun Kampf habe ich überhaupt keinen Bock. Na ja, bau du dich da rüber. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh doch einfach weiter. Kann natürlich auch ein Bot sein, aber man weiß es nicht. Ah, hier war schon einer. Ich ziehe jetzt einfach durch. So, wie viel haben wir jetzt? Zwei erst. Und man könnte jetzt noch mal. Ja, 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 das war mir so klar. Ich hätte drauf wetten können. Das Problem ist, weil der eine Pump hat. Auf den Kampf raus, mich eigentlich überhaupt nicht einzulassen. Jetzt kann ich mich bauen, oder was? So, safe in Bot. Ah, da leckt man da, Moka. So, aber ihr habt es ja trotzdem gesehen. Wie gesagt, ihr müsst einfach fünf Munitionskisten innerhalb von einer Runde aufmachen. Ich denke mal, ist eigentlich einfach zu machen, wenn man irgendwo landet, wo man seine Ruhe hat. Und dann würde ich sagen, euch natürlich viel Spaß mit der Aufgabe. Und gleich kommen wir auch schon zu den Eventaufgaben. Also, wie gesagt, wenn du nichts verpassen willst, gerne ein Abo da lassen. Würde mich freuen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.